Guck mal hier. Ja, das geht noch. Sie sind sehr... Was denn, willst du nicht? Ja, ja. You don't wanna? You want to, you want to... Ja, hast recht. Stimmt, hast recht. Du hast ja recht. Das ist auch wirklich sauer. Sahneherig. Ja, hast recht. Und diese kleinen Füße, die man auch bei Liebings tritt. Hier bei Edeka. Spalten wir mal. Jetzt kommen die Zuschauer. Herr Mais, ich finde es ja ganz niedlich. Aber ich finde es hier jetzt nicht so praktisch. Erstmal ist Salz in dem Ei. Und Salz ist sehr, sehr ungesund für Katzen. Machen Sie mal einmal bitte das Video aus. Wupp! Wupp!